Grüß dich, liebe Männer. Jetzt wir kommen zurück auf Stück bei der Poshy de Permite. Liefere Ihnen das Prinzip des Lebens an Luke. Das ist nicht schön. Ah. Ah. Blöck. Ah. Glaubst du das nicht so, wenn man die Max-Dinger erreicht? Würde ich behaupten. Okay, passt. Wir haben niemanden. Äh. Wir machen jetzt eins. Wir gucken mal, was wir materiatechnisch brauchen. Wir brauchen das auf jeden Fall. Zitronenmelisse. Bräuchten dich, bräuchten dich. Sonnenblümchen. Das auch noch. Eisennagel, okay. Also wir gehen in den standardisierten Wald. Und klopfen wir uns da mal durch. Genau, her damit. Auch da mit her. Bitte. Dankeschön. 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 Bitte geben Sie alles hier her. Äh. Ich werde alles mitnehmen und inspizieren. Äh. Ich hoffe, Sie können damit umgehen und verstehen. Dankeschön. Äh. Smisenstechnisch? Gar nichts. Äh. Sollt man es dann vielleicht? Ja gut, wenn wir keine Energie haben. Dann gehen wir erst wieder zurück. So ist es unnötigerweise. Äh. Am hin und her wackeln. Na? Dankeschön. Und Sonnenblümchen, habe ich gesagt. Und die kann man mitnehmen. Beziehungsweise eine Sonnenblümchen, die da. Ah, Sonnenblümchen kann man auch holen. Okay. Gut. Und das Basilikum-Zeug da oben auf jeden Fall. Da haben wir nicht einiges verwahrten. Äh. Haben wir noch eine drauf? Nö, haben wir die. Okay. Mr. Hammer-Chan. Hopp, hopp. Machen Sie mal hin. Haben noch ein bisschen's vor heute. Du kannst auch mal dran glauben, wenn wir schon mal da sind. Ah, hat Zuckerwasser. Schön. Dankeschön. Oh. Und Mr. Teddy müssen wir frittieren. Stimmt. Ich würde es wollen, wenn wir das Eisenherz irgendwie öfters bräuchten. Aua. Sag mal. Dicht oder was? Biss auf, Mav, ne? Danke. Ist der andere Teddy? Ist nicht da. Aua. Haben wir das gleich miterledigt. Ach, der ich beide auf einmal fällen können. Ah, ich hab den Move vergessen. No. Ich bin so doof. Ja, los. Komm. Boot, 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 boot. Mein, bist du blöd. Ja, multi-buddel. Ja, jetzt bootdel doch. Ach so, nee, warte, ist das Zeug. Nee, lass mal. Ach, egal. Jetzt muss er eh booten. Muss ich da noch hinterher was holen. Ja, noch mehr Ingwer. Ich geb dir das echt noch zur Fresse, wenn du mit weitermachst, Bruder. Haben wir dich abgesichelt? Hammer. Gut. Dann geh mal dahin. Richtiger Weg. Nein, wieder verpeilt. Was ist hier lang? Westen statt Muldburg. So. War nix drin. Okay. Ah, schade. Silber-Nugget. Sehr schön. Warte mal, bräuchten wir vielleicht auch was. Oh, 26. Nö, brauchen wir nicht. So, Mais kann man aber noch mitnehmen. Da kann man gleich mal runterlaufen, wenn wir schon mal da sind. Hallo, Mr. Sir. Der gibt ja die Beinchen her. Die sind ja jetzt erstmal nicht so wild. Die haben wir ja noch genügend. Da warst du. Nee, du bist irrelevant. Ich bräuchte von dir dann eher einen Schwarz-Teddy. Bitte, danke. Wir waren aber weiter unten, ja? So. So. Mitnehmen. Da haben wir dann nix mehr, außer das Holz. Dann gehen wir jetzt kurz auch zu unserem Haus. Gucken, dass wir unser Essen braten. Lass uns einen Salat machen. So viel haben wir ja ohne Ende. Ja, ich wüsste auch gern selber, wenn das Update kommt. Ja, wir machen nur eins. Bald. Das wissen wir selbst wieder. Gimisch der Salat. Vielleicht sind ja dann verschwindet sie haben. Ich weiß nicht, wann dann ein Update kommt. Was ich schade finde. Haben sich einige im Steam-Forum nicht aufgespürt drüber. Na, wie sieht's aus? Oh. Garden Manager. Ruhmschäb freigeschalten. So. Sollte erst mal reichen. Wie viel haben wir denn? Vier Stück. Okay. Multi, du suchst mir jetzt mal Luke. Wuff, wuff. Ist der Bauern-Tümpel. Wuff. Er ist da oben. Ich krieg die Kuh scheiße schon. Wuff, wuff. Ach, Multi. Wuff. Halt die Fresse, Mensch. Wuff. Fütter mich. Wuff. Ich bin eine Katze. Wuff. Miau. Äh. Luke. Hallo. Hallo, Sirburger. Heute ist ein toller Tag. Findest du nicht auch? Ah. Das war die Sache. Er hat es getan. Ist das das Buch von dem. Äh. Ich kann. Erzählt habe. Miau. Wollen wir nach Hause gehen? Ich brenne darauf das Buch. Lese es doch alleine. Ich muss nicht dabei sein, Junge. Kannst mir die Kühe und Schafe geben? Und wir verraten, wie die Sachen anpflanzen kannst. Ah. Meine Freund hat nicht gelogen. Das ist wirklich ein gutes Buch. Habe schon durchgelenzen. Sie sehen uns schnell etwas. Großartig. Ich wusste es. Mache fast nur mal fünf Konkurrenten. Nummer 5 flippt. Google nach dem Film. Ich bin nur so aufgeregt, dass du es gelesen hast. Nein, ich habe es verbrennt. Mach hier nichts draus. Nicht jeder liest gern. Du musst sehr klug sein, wenn du ein Stipendium bekommen hast und zum Alchimie-Genie geworden bist. Nein, ich bin da am Schwerbinden. Wie schön Spaß, Leute. Darf ich es mal ein paar Tage ausbauen? Ich gebe es dir schnell wie möglich wieder zurück. Natürlich nicht. Kostet 50.000 Goldstücke. Du willst es mir schenken? Bist du sicher? Dafür bin ich dir etwas schuldig. Ich werde jedes Wort daraus auswendig lernen. Mein Großvater hat mir beigebracht, wie ich ich lesen ist. Sein Horizont 2. Ja, dann reicht der OP. Das sollten wir nicht heutzutage auch tun, nur das richtige lesen. Dankeschön. Warte, geh auf! Garret! Ah, komm! Alter Krummel-Opa! Laura, was geht? Ah, du bist schon geblockt. Okay. Shop. Mercy? Nö, du riechst nicht. Das ist auch mal zu lang. Komm, Muldi! Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz shoppen. Wir gehen... Es ist Samstag. Ja, dann kann man reingehen. Weil Freitag sagt er die, äh... Herzblutschmiede... Wie sind wir mal heiß zu... Ja, Muldi, der muss jetzt warten. Kessel verbessern... Fünf locker. Da sind wir close dran eigentlich. Sehe ich jetzt auch noch. Verbesserung sehe ich aktuell auch nicht. Oh Mann! Dann aber hinne. Weil der Typ hat nicht ewig auf. Das ist... Das ist so... So ein arbeitsfauler Hund. Wow, wow! War nicht so gemeint, Muldi. Bis 15 Uhr, sag ich's nicht. Äh... Hausausbau kostet 7. Diejenige Renovierung kostet 8. Die Kohle hätte man aber. Ich finde mal cool, dass wir uns mit dem besser verstehen. Mit Rainer aus dem Hintergrund, äh... Dass der vielleicht uns neue Möbel gibt. So, jetzt sind wir gleich aufs Maximum. Gut, Muldi. Dann müssen wir erstmal kurz... Äh... Ja, wir holen die Froschblumen noch. Äh... Bernd hat's noch fünf. Ist doof, dass es nicht sortiert wird. Aber Froschblumen gehen eigentlich. Rosen gehen eigentlich auch. Wo mangelt's grad? Das müssen wir noch holen. Ja, doch. Wir müssen hier hin. So. Weil... Wir... Genau. Euch töten müssen. Was bringt's denn jetzt nicht so wichtig? Wir brauchen aber... immer gerne ein Tetris-Teil. Was will denn der schon wieder? Blödes Hundi. Die Goldpanzer hätte ich gern. Äh... Ah... Denklieb voll drauf rein. Verarscht. So... Das sind die Kartoffeln. Das sind die Rosen. Das sind die Kartoffeln. Was willst denn du jetzt? So, dankeschön. Dankeschön. Wir brauchen wir Gold eigentlich. Ich glaub jetzt grad weniger. 51! Heilige Scheiße! Nein! Und das andere Zeug... Silberlack jetzt brauchen wir wieder rum. Okay. Das Problem ist, man sieht halt nicht, wo was drin steckt, ne? Haselnüsse... 16 kann man auch machen. Kommst du mal raus? Wenn man in die falsche Richtung guckt. Der geht mir, dass sie viel schneller bleibt. Und da oben die Dinger kann man auch noch holen. Und da haben wir auch nicht so viel. Das weiß ich. Kann der sich ja mal verpissen, der Kleine? Der Nerv. So, dann die Berries noch. So, dankeschön. Äh, da haben wir noch eine Kartoffel. Ah, sehr schön. Fartes Multi-Chun. Fartes Multi-Chun. Unten haben wir noch eine Barry. Die haben wir noch nicht geholt. Wenn da noch so einer von der anderen Kleinen süßen ist, dass nicht die Luft springt. War da nicht noch? Ah ja, da ist er doch. Jetzt verzieh' dich. Kann schon mal die Hose einfach mit den Bäumen plattmachen. Guck mal, der darf draus. gut dann gehen wir jetzt nach hause machen uns ein paar tränkel ist dass man kohle zusammen kriegen das problem ist ja leider kipps ok die schütte aggro will ich eigentlich nicht machen wir können es mal abonni ist mir zu komplex grad minzbecher beim minzbecher schauen wir jetzt dass man sache verwendet die man ok fakir sag einmal kann ich da nicht verwende kann ich verwende aber nicht so was ich ich will jetzt gucken dass man die sache wirklich mal verwertet die bomber so gnadenlos viel haben das ist einfach mal wegkriegen das zeug natürlich nicht verwende war ja klar brauchen wir einzelne noch wo haben wir denn da so viel 12 19 ist jetzt nicht so viel aber mir etwas wenn man jetzt ich nutze dich daran pflanzen dann noch ein dreier teil hätten gut ich weiß noch ein bisschen die wüste wird ein bisschen klopfen ja so So, mach mal. Ah ja, wir sind zu spritzen da drüber. Nee, kann man nicht so viel verwenden, wie ich gerne hätte. Ich will gucken, ob wir da mal das Eis gut verballern können. Ah, als Gold meine ich. Sorry. Da nicht. So. War das schon ein Rezept? Doch, Hammer. Mach mal ein neues. Ein Überschussmaterial. Boah, zwei einzelne, da haben wir nicht so viel. Das verkehrt rumme L, das wäre hier. Dann... Ah, das vorne will ich nicht nennen, Mann, Alter. Das tut mir weh. Da kommen wir nicht so leicht ran, ne? Äh, nehmen wir dich doch. Der, der mal einiges. Äh, jetzt brauchen wir noch einen Zweier. Ne, ist nicht so viel. Auch nicht. Gibt's keins. Hätte mal gern. Äh, ich bin da. Ich hab's übersehen schon, wer da. Wo war's denn da? Ja, wir sind neu probieren. Dankeschön. Hinzufügen. Gut, dann machen wir dich da. Dichter, wobei, warte mal. Nee, ich hab da glaub'n andern Plan. Nee, Kühlspray. Nee, auch nicht. Könnte gut werden. Wäre schön, ob das Rezept einsehen könnte, ne? Aber okay. Einmal so rum. Einmal so. Ah, wobei. Haben wir das falsch rum mit Tetris-Teil? Gibt's das überhaupt, ist die Frage? Nee, gibt's eigentlich nicht. Ja, der hat auch da. Dann könnten wir... Warte mal. Dann haben wir eh so einen Höheperz. So. Warum noch mal falsch rum ist Tetris-Teil? Tö, 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 tö. Ich weiß ja jedes Mal erstens ganz gern da war's. Dann noch zwei hoch. Jupp, mach mal. Ah, jetzt müssen wir noch dreimal brauen. Ja, okay, das wär' jetzt mal Opti. Ah, da kommt's ne Verwender. Du bist ein Schweinspiel. Ein kleines Schwein. Ein kleines Schwein. Das wäre auch toll, wenn wir's verwenden könnten. Ohne dabei unnötig, irgendwas zu verballern. Ich will verhindern, dass wir da jetzt einzelne Teile missbrauchen. Falschrumme Tetris-Teil. Wah. Wah, 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 wah. I'm blind again, yeah. Hä, ich bin doof. Ach, da ist doch mal. Die Maus zeigt doch schon drauf. Mensch, Buggi. Äh. Natürlich, das kann man verwenden, du Arschloch. Yeah. Dann machen wir das anders, 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 anders. Ja, ich war jetzt mal so auf Wind, nach Maun haben wir viel davon. Schon klar. Ja, braun mal. Das ist aber schon. Mach mal zwei. Dann bringt uns was zum Geste. Tada. So, gibt morgen ein bisschen Kohle. Da müssen wir jetzt ins Gänstag grinden zu gehen. Und schlaffi. Ja, Notfall. Lass mal einfach sterben. Komm mit, Malti. Was ist jetzt mal, wenn du die Pandemie ausgebrochen hast? Äh, ist anweilig. Ach, der kleine Russo. Ja, ich habe das Gefühl in der Brust. Sie haben das Gefühl im Magen. Ja, scheinbar zentriert kriegt man alles, wie sie es gehört. Bugg. Aha, Diagnose. Ach so, das war das Ausweichspiel. Ich war gerade leicht überfordert. Das war das Ausweichspiel. Perfekt. Scheint teuer zu werden, die Behandlung. Magen. Leute, da ist kein Magen an der Stelle. Ups, hab's verweilt. Und etwas zurückgedrückt. Also ist jetzt irgendwie gerade voll verkackt. Dunkeles Beruhigungsmittel. Alter, du brauchst Medizin. Kannst du das überhaupt leisten? Boah, nee, 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 nee. Das müssen wir anders lösen. Vergesst's. Das mach ich nicht. Das kostet mir dann doch zu viel. Warum denn so, wie ich's gerade vorhaben, dass irgendwas geploppt ist? Ah, da ist es nämlich. Ich hab's gewusst. Ähm, der ist verkehrt rum, äh, ist da. Füge mal gleich unsere Liste hinzu. Ach so, da fehlt noch eins. Ja, okay, ja, jetzt. Äh, hä, hä, hä. Oh Mann, Junge. Komm mit, Moldi. Alter Schwede. Okay. So, dann einmal hier. Wenn der hundertprozentig zufrieden wird, dann bin der aber gespannt. Ja gut, wir heilen die immerhin. Ja, scheint so. Die Handlung abgeschlossen. Russ ist zufrieden. Ich habe genug von all deinen Tränken, aber naja, ich danke dir, dass du mir geholfen hast. Bruder! Okay, 1,5 in der Hut. Wollt ihr, wir müssen noch ein paar Aufgaben erledigen. Eigentlich will ich das ja gerade gar nicht. Es bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig. Ja, ich hätte mich hier supporten können. Ja, ja, kurz anquatschen. So. Was, Mann. 8 Uhr. Wir gehen mal kurz auf der Gemeindetafel. Kann man ein bisschen rumlaufen. Ist auch schön, weil die Gegend ist schon cool gemacht. Muss man sagen. Also, da haben sie den Entwickler schon Mühe gegeben. In den Ende. Äh, Badehaus. Hm, war das? Ich hatte ein Park auf, D. Von 1 bis 14. Ja, jetzt gehen wir schon ins Badehaus hoch. Ich hatte einen Park. Vielen Dank.